Schittmann, wie weit ist das? Komm nicht rein. Na, wir schlafen machen wir ja auch nicht. Ich hab keine Hälfte noch mehr. Ich auch nicht. Wow! Ey, in diesem Haus fehlt einfach mal die Treppe. Das ist ja awesome! Lustig! Nee, da brauchst du echt. Du musst dir von John Cena Ja, den Klingelton, dieses, his name is John Cena als Klingelton machen, das ist so übertrieben. Ich bin tot! Oh, Netzwerkverzögerungen erkannt. Wo bist du denn jetzt runtergefallen? Den Berg bin ich runtergefallen. Wo ist denn ganz hin? Oh, ein Stückchen. Was? Was? Oh. Oh. Nice! Ach, gestanden. Gar kein Problem. Oh, lass mich rein in die Tür. Ich kann in die Tür nicht gehen. Ja, hier kann man nicht durchgehen. Komm mal zu mir rüber, bitte. Warte? Ja, ja. Ach ne, das ist ein Klo, da komm ich doch nicht durch. Was ist? Hier, kannst du die Tür durchgehen? Oh, witzig, da ist ein unsichtbares Objekt vor. Echt jetzt? Holy shit. Ich denk so, es wäre... Bug frei, bug frei. Nee, bug frei ist es ja nicht. E-Sport ready. Ja, lass es doch stehen jetzt. Wo hat der mich erwischt? Wo hat der mich erwischt? Alter, wie viel hält der aus? Ich habe ihn zweimal mit der K getroffen. Ich habe den gerade jetzt mit der SKS nochmal gehittet. Ich habe mal einen Videobeweis dabei. Hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Fick dich? Ich weiß nicht, woher. Der hat mich zurück. Der stand genau hinter mir. Wo ist der Mate? Der eine andere ist hier am Baum. Was ist mit der SKR gerade los, man? Die hat hier einen Recoil ohne Ende. Wo ist hier am Baum? Direkt der Baum, hier. Direkt der nächste Baum. Ah ja, ok. Hab ihn gesehen. Nice. Was? Hier, da gibt's nen Headshot. Der licht jetzt einfach nen Headshot. Gepödelt. Ja, da war der eine. Digga, nimm das doch mit jetzt. Mach jetzt in die Max, komm, auf geht's. Ist schon dabei jetzt. Beruhigt euch. Nein. Komm rein. Bank. Scheiße, ich hab mein Sprit geblockt. Oh Gott. Ja, dann. Scheiße. Alter, wir müssen los jetzt. Ja, warte. Ich nehm den kurz mit. Ja, einmal mit Profis einlaufen. Ja, bleib. Danke. Du bist schon dabei. Oh, bis nächst du meinst perfekt. Ah, hier. Komm gerade raus. Aber nicht flippen jetzt. Das ist mit hoch. Ich hab das schon. Wie wär das mit einmal mit Profis, ey? Oh, okay. Ja, okay. Das ist jetzt nicht dein scheiß Ernst. Ja, pack dich. Alle aussteigen. Aussteigen alle. Ich kann nicht. Digga, du bist so ein Flap, ey. Oh wei, oh wei, oh wei. Könnt nicht ersteuern. Praxis geht doch nicht. Was soll das denn bitte gerade? Oh doch. Nice. Yo. Danke für den Reset, holy shit man. Alter. So ein Clap, Junge, Alter. Hast du den? Wie hast du den? Mit einer Nade, Alter. Der Mike, da wird sich da was denken. Der denkt doch, ey. Was sind das denn für Spacken, ey? Sehr gut. Also, hab ich gesagt, dass ich ihn gut bin? Nee, hab ich nicht gut. Hier steht ein Auto, ey. Wow. Das hätt ich auch einmal sagen können, ey. Hab keinen Sinn. Wie bitte? Ach, Bombing Zone, Alter. Oh mann. Jan feiert sich zu sehr, um irgendwas mitzukriegen. Ähm. Max. Scheiße. Ernsthaft. Alter. Okay, Max ist tot. Oh no. Oh no. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch, der müsste heilen und reinfahren. Wirklich? Okay. Ja, nochmal. Der Bombing Zone, ist euch klar, oder? Ja, egal. Irgendwie stellen wir zusammen, oder? Oder halt nicht, ne? Ja, los. Ja, los. Ja, los, ey. Geil. Let's go. Jetzt los. Ey, da werden irgendwie auch... Ich weiß es nicht, weil er klatscht einfach gegen wenige Land, ey. Das war unser Outdoor! Warum bist du nicht weitergefahren? Weil ich nicht... Ich meine... Schutz und so... Scheiße! Das ist jetzt Kacke! Da steht noch einer! Oh, noch einer! Geil! Steht da noch einer? Jaja, da steht noch einer! Oh Gott! Was ist denn das für eine Clown-Fiesta hier gerade? Kann mir das mal einer erklären? Ich kenn die Geißner! Ich kenn die gar nicht! Oh wow! Drück drauf, Ernie! Ähm, das Auto ist da auch nicht natürlich! Red, du fährst jetzt gegen irgendwas gegen mich! Alter! Du bist so ein Clap, Alter! Alter Schwede! Ihr müsst weiter! Direkt weiter! So ein Clap einfach nur! Wenn du mich jetzt noch einmal getötet hättest, ne? Das wär's! Oh, da war einer! Oh, da war einer! Oh, der... Ach ne, der qualmt! Kann ich schießen? Ich hatte keine Waffe mehr in der Hand, deswegen... Oh! 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 Oh, noch! Mike! Mike! Das war schön mit dir! Der Mike! Der Mike! Der Mike! Oh, shit! Alter, du bist so ein Lamm! Also... Irgendwo... Habt ihr gehört? Im 249? Da unten krabbelt er! Was heißt da unten? Der... 30 Grad! Ich seh ihn! Er hat mich gesehen! Gut! Jop! Wollt grad sagen, mich hat er auch gesehen! Ich darf runter! Ich darf niemanden ziehen, aber gut! Ah, der hat auch seinen Lamm jetzt grad verloren, ne? Papa! Das war nur ein Einser, ja! Kann sein, dass ich dir ne... Ah, ne! Ne, ne! Hat er den sogar noch! Der hat nur Winchester... Der hat super viel, äh... 556er, falls ihr noch Muni braucht! Ne, ich hab jetzt... Habt ihr die... Hat der die M249? Ja! Habt ihr die Energies oben mitgenommen? Bei den Typen? Ne! Aber wir haben hier die... Die Pankeler mitgenommen! Leute! Wir müssen alle hier zu uns kommen! Au! Da kommt einer! Ich guck nach Norden grad! Niemand da, sag! Hm! Äh... Richtung 50 Grad... Wir kommen hier rüber gepusht, gleich über die Straße bei mir! Ja, seh seh! Ein Knocked Out! Oh, der hat sich deportiert, der andere! WTF! Kommt mal einen Knocked Out! Der andere ist rot! Der andere ist noch im... Der ist hier! Ah! Ja! Okay, das war der letzte Anschein! Okay, das war der letzte Anschein!